Hallo, hier Dark Saver mit The Evil in Part 21. Ja, wir fangen vom Menü aus an. Dazu noch gesagt, es ist jetzt sehr lange her. Es ist mindestens ein Monat her, dass ich ein paar Aufnahmen gemacht habe, egal von welchem Projekt. Grund ist, dass mein Headset herumgesponnen hat. Dass ich mir ein neues anlegen musste und ja, mir sind halt einige... Naja, einige viele Folgen von Evil in da durch Appanier kommen. Ja, hier habe ich gerade alles aufgepämmt gehabt bei der letzten Aufnahme. Ich zeig nochmal kurz alles, weil ich... Hab ja immer erstmal bis hierhin spielen müssen. Weil ich ja immer überschrieben habe, die ganzen Spielstände. Ja, ähm... Also hier wie gehabt werde ich vielleicht zum... Also Spritzenwirkungen werde ich vielleicht irgendwann mal davor nochmal machen. Hier werde ich alle höchstens Chance-Multiplikator und kritisch hoch machen. Ähm... Das hier nehme ich mal so irgendwann vielleicht einen Beisum mit. Magazinkapazität... Ähm... Ein bisschen was. Aber trotzdem werde ich das dann natürlich erst ganz am Schluss machen. Genauso weil ich ja Schrotflinte und... Ähm... Hier, obwohl... Hier mit zum Beispiel bei Chance-Multiplikator jetzt nicht unbedingt notwendig sein sollte. Und... Ähm... Ja... Hier habe ich soweit fast alles voll, was ich voll machen will. Also Granaten... Hab ich ja schon gesagt. Oft genug, dass ich die sowieso kaum nutze. Ähm... Ja... Und das will ich hier halt nur noch ein bisschen hoch machen und Qualenbolzen habe ich jetzt komplett voll. Hier wird also auch nichts mehr passieren. Weil... Also alles andere braucht man nicht unbedingt. So. So... Ähm... Ja... Das ist erstmal das Hauptprozedere. Hier weiß ich nicht, ob... Reichweite werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Aber... Wie gesagt, ich habe jetzt im Moment sowieso nichts. Muss ich also erstmal wieder gucken... Moment... Moment... Das geht also gar nicht. Äh... Muss man wieder einen Schreibtisch sauber machen. Hier verstaubt alles so schnell. Na gut... Ähm... Ja... Raus! Ich bin jetzt noch nicht ganz direkt an der Stelle angekommen, wo ich beim letzten Mal war. Ich muss erst noch ein bisschen wieder vorarbeiten. Die Tür öffnet sich erst noch. Und die da auch. Und da weiß ich... So, genau. Bei der Stelle dachte ich mich... Oder? Ist das die? Die sieht so anders aus. Moment. Habe ich denn noch... Ja, ich habe eine einzige Spritzer noch. Ja, ich habe hier alles jetzt blöderweise an diesen Hund verballert. Nicht so positiv. Ah, hier will ich noch nicht hin. Es war noch nicht die Stelle, die ich dachte, dass sie es sein würde. Aber sie wird genauso nervig. Daher... Habe ich jetzt hier erstmal runter. So, erstmal wieder... Naja, ich muss jetzt nicht... Allzu sehr ins Spiel kommen, aber... Gucken, gucken. Puh. Ja, das hier könnte sein, dass es ja... Ich glaube, das hatte ich ja auf jeden Fall schon. 500, hey. Haben wir die wenigstens schon mal. Und... Gel. Joach, Gel ist schön. Da kriegen wir ja eigentlich mit. Was... Wie viel haben wir jetzt? 26? Ja, dann wird das langsam wieder gefüllt. Das ist auch gut. Und... Bringt das auch was? Was? Bringt mir das... Hallo, ich will da rauf. Nö, so... Ziemlich gar nichts. Okay, wieder runter. Oh, was haben wir hier? Oh, das haben wir wahrscheinlich schon, aber... Diese Kakerlake, dieser Speichel lecker. Er nährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg, wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Ah. Sehr gibt das rückwirkend auch einen Sinn. So, jetzt werde ich hier erstmal ganz vorsichtig sein, weil... Ach ja, da wäre ja was. Hier waren Fallen. Das war... Ah, da. Ich sehe sie schon. Nehmen wir mal hier Licht aus. Das nervt mich jetzt gerade. Jetzt. Und wir können Teile hier brauchen, weil ich habe wirklich so... Darum ist es jetzt viel verbraucht, ihr habt. Achso, ist das Feuer. Dachte schon. So, kann man hier noch irgendwas abgreifen. Nö. Na dann. Muss ich die Dinger hier aktivieren? Da ist eine Tür, ich muss anscheinend nicht rein... Oh. Oh. Höh. Ähm. Ja, natürlich. Sie ist zweimal daneben. Ähm. Hm. Echter. Ja, ja. Ja. Ich muss mal was hinterlassen hat er mir. Ach, so. Ähm. Moment. Ich stelle mich mal hier kurz hin. Damit wir hier ein bisschen Leben reinholen. Aha. Wir dunken jetzt einfach nur ein bisschen schneller. Toll. Ja, jetzt habe ich schon sonst wie viele Schuss verbracht. Und das finde ich ja jetzt gar nicht gut. Ich warte noch. Ich warte noch. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Natürlich. Kontrollfunkt. Schön. Ach ja, da war ja was. Ähm. Moment. So, wieder zurück. Ich dachte schon gerade, das... sah gerade verdächtig aus. Aber... Alles tut es an. Alles tut es an. Hallo, nimm auf. Ich dachte schon, die Aufnahme wäre wieder dahin gewesen. Aber glücklicherweise, diesmal habe ich dahin gedacht, dass ich mehrere Aufnahmepunkte habe. Oh, wen haben wir denn da? Den habe ich genauso erledigen wie beim letzten Mal. Und hier haben wir nichts. Und hier? Wow. Auch nichts. Das ist sehr viel. So. Okay. Gehen wir hier wieder durch. Wieder passt ja, weil... Habe ich ja schon mal dieses Jahr gehabt. So. Eine Flasche. Ah, ne, man die. So, ich weiß, du willst... Hä? Ah! Hm? Da war ja was. Ähm. Stimmt. Ich erinnere mich. Aber, mhm. Was war das? Kurzen Moment. So, ja. Super. Das, ähm... Das hätte ich mir irgendwie denken können, weil, meine... Muss es eine Falle sein. Oh, was war einer? Komm, 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 komm. Ich weiß, du willst es. Natürlich ist es eine Falle. Ähm, warte mal, ich reine einfach mal rüber. Ja! Bye-bye. Bye-bye. Okay. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Naja, auch wir können sie benutzen. Nicht mal was hinterlassen hat er. Aber okay, dann nehmen wir erstmal hier jetzt endlich alles auf. Uh, diesmal können wir was aufnehmen. 200. Ich bin ja begeistert. Moment, wir hatten 1300 beim letzten Mal, aber vielleicht wird es da hier jetzt schwierig. Na toll, wir wurden verarscht. So, okay, gehen wir einfach rüber. Jetzt kann ja nichts... Achso, das ging ja auch. Geh hoch. Ich bin so ein Held. Okay, ich nehme doch lieber den Tunnelweg. Das ist, glaube ich, gesünder. Muss eine Falle sein. Ist es auch. Ah! Ich bin doch gerade hier liegen. Ich bin doch runter, ich bin doch runter. Das will runter. Sobald er steht. Und diesmal hat er wieder nichts hinterlassen. Na gut. Dann nochmal. Hey, es wird immer weniger. Kann es sein, dass es immer weniger wird, wie öfter man es probiert? Oh. Ich... Ich habe nichts gesagt. Man soll sich nicht zu sehr beschweren. So, schauen wir mal. Immer noch weniger. Na gut. Wollte ich wohl dieses Mal akzeptieren. Na, komm. So. Eine Flasche. Für eine Flasche. Ähm. Ja. Was müssen wir... Äh. Das musste ich machen. Hm. Ja. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder Rad drehen. Ganz toll. Ehe, wiederholt. Ah, abbrechen, abbrechen. Gott. Ähm. Hier. Friss Flasche. Ach ja, warte mal. Ich habe da noch was. Glaube ich. Das. Yay. So noch beschmiert. Ach komm, hier. Ich habe noch einer. Ja. Ja. Hier ist da noch jemand. Da ist er. Aber dahinter lassen auch gar nichts. Das ist... Das ist... Hm. 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 Ich will dir gerade mal, wie ich den erledige. Ich kann ihn nicht anzünden. Schweinerei. Hm. 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 Nee, es war Verschwendung. Ich stehe noch ein bisschen hinterher. Hinter uns her ist es hier. Wenn ich schon die Zeit habe. Ähm. 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 Nee, das will ich noch benutzen. Ach, bleiben wir dabei. Hey, er hat was hinterlassen. Ja, hängen sie da ein bisschen rum. Alles gut. Okay, dann... ...wür ich weinen. Oder? Warte mal, komm ich jetzt. Na toll. Da rät sich noch, wie ich den erledige. Und dann... ...war hier noch was. Oh. Okay, darunter kann ich nicht. Aber ich kann hier Munition aufnehmen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Moment mal. Wie viel habe ich davon? Vier. Okay. Und fünf in Reserve. Wie, das ist alles? Ist doch nicht wahr. Ja, und darunter würde ich nicht empfehlen, hinzugehen, weil, äh, tot. Tod ist. Ja, gefährliches Gas halt. So. Dann... ...machen wir hier wieder Button Smashing. Was ja so... ...unglaublich beliebt ist, warum auch immer. ...machen wir hier mal. Juhu. Okay. Ähm... Achso. Das war das. Das ist hier so ein Ding. Der Trüm scheint so ein Vieh zu sein. Haben wir hier irgendwo? Nein. Der Auslöser scheint da unten zu sein. Hier ist viel zu sein. Ach, wirklich. Mal, weil. Und hier. So, hier unten gibt's was. Hey, was? Na toll. Warum war ich so sparsam? Ich war denn... Ich hab alles Mögliche bei diesem scheiß Hund benutzt, aber nicht das. Eine Granate, die ich nicht benutzen werde. Ein Schlüssel, den ich benutzen werde. Ähm, und... Tausend. Oh, endlich lohnt sich das mal. Ja, nee, dann... ...hier mal wieder auf die... ...Pistole über, die... ...wenn wir jetzt hier brauchen... ...können. Hallo? Da. Runterklettern! Also... ...naja. Fallen lassen. Okay, nehmen wir das hier auf. Oh ja, und 500 weitere, auch gut. Aber so haben wir die doch alle ganz schön wegbekommen. Yay! Und hier durch. Hab ich... ...überhaupt... Ja, hab ich. Das wäre jetzt das Wesen, wenn ich hier jetzt auch noch vergessen hätte, den Timer zu stellen. Wäre ein perfekter Eingang gewesen. Yeah, Kontrollpunkt. Und... ...mhm... So... ...ich habe das hier gerade hinter mir gebracht. Kann das sein? Stimmt das? Ja, doch. Cool. Ich bin so ein Held. Ich hab gerade hier Aufnahme beendet, aber nicht wieder neu angefangen. Jetzt fehlen so ein paar Minuten. Aber ich weiß ja ungefähr, was jetzt noch so kommt. Und daher... Haben Sie etwas vergessen? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Genau. Ich hab... Ja, genau. Ich hab den Schlüssel. Man, so ein Scheiß. Das erört mich jetzt. Ich hab... Also, das interessiert mich, ob dann... ...nochmal das gleiche, was rauskommt. Daniel, ich hatte jetzt hier... ...bei dem ein sch... ...bind... ...habe ich jetzt 20 Munitionen für die Pistole aufgenommen gehabt. Jetzt gucke ich mal. Aha. Jetzt habe ich hier was anderes drin. Also, es wird immer neu getriggert. Das will ich schon mal... Hä? Ach so. Ist voll. Ähm, komm. Mal kurz ausrüsten. Äh, du kannst das aufnehmen, Junge. Junge. So, äh, was haben wir hier noch? Äh, äh... ...das? Das hätte ich schon wieder anzustellen. Das kann ja nicht wahr sein. Und das haben wir eh gefragt. Okay. Ja, gut. Die 20 Schuss hätten mir jetzt besser gefallen. Da hatte ich mich 33. Mist. Na gut. Aber ich werde es hier auch nicht jedes Mal neu machen. Glücklicherweise war da... ...Kontrollpunkt davor da gewesen. Ansonsten hätte ich mich jetzt richtig geärgert. Und hätte hier das nicht nach... ...aufnehmen können. Nee. So, hier habe ich groß drüber nachgedacht. Was nehme ich denn? Was nicht? Ähm... Aber ich habe mich dann im Endeffekt für... ...die Genauigkeit hier entschieden. Weil ich ja doch in der Aufnahme... ...zwar nicht... ...also... ...nicht deswegen daneben geschossen habe. Aber, ähm... ...naja. Es könnte besser sein tatsächlich manchmal. Naja. Ähm... ...ja. Und den Rest werde ich dann nach und nach machen. Also hier... ...Hauptprozedere... ...was ich ja wollte, habe ich ja geschafft hier. Die Aproponbolzen. Die 50.000, die habe ich ja. Spätestens beim Hund reinholt. Ähm... Ja, das hier... ...werde ich mal so nach und nach auch so immer reinholen. Aber auch nur dann, wenn auch wirklich genug da ist. Ansonsten würde ich jetzt... ...hier erstmal die Reserve überall hochsetzen. Also hier von der Schrotflinte. Und vom Scharfschützengewehr. Keine Ahnung, sind mir jetzt erstmal egal. Mach ich vielleicht auch noch, aber... ...näh. Also ich nutze sie jetzt nicht wirklich... ...aktiv, sondern... ...ja... ...nur um sie zu verschwenden, im Prinzip. Und da... ...ist dann auch nicht wirklich was gewonnen. Ja, ansonsten natürlich hier Schatzmanipulcater. Genauigkeit und Magazinkapazität. Genauso hier auch Schatzmanipulcater, Plikator-Kritisch. Und Magazink genau hier das gleiche. Obwohl... Näh, bei Kritisch weiß ich nicht. Ich meine, die meisten Gegner fallen jetzt auch so schon um. Oh, das könnte ich mir tatsächlich noch leisten. Ne. Ich werde jetzt erstmal auf die Reserve setzen. Und dann mal schauen. So. Schnauze. So, dann speichern. Jetzt mal richtig. Und mit Aufnahme und allem. Und... Haa... Haaass. So, sind da kommen wir genau gleich raus. Okay. Dies war's von 102 von The E-Woof. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und, äh... Ja. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.